So, wie ihr sehen könnt, mein Balkon ist fertig. Es muss bloß noch alles wachsen und blühen. Paulus, sein Sitz ist auch fertig. Herr Paulus. Paulus war auch fleißig, hinkt man hier ständig auf den Keks. So, herrlich Wetter. Ja, ich hab keine Auflage. Jetzt hab ich Paulus zu verdanken. In der Winterzeit hat er meine kaputt gemacht. So, das war's denn. Oh, ich bin vollkommen außer Atem. Erstmal hinsetzen. So, Herr Pauluschen. Paulus hat mit seinem Gras zu tun. Hat er zwischendurch mal einen Spatz gehört? Ja, Paulus? Ja, ja, die piepen. Paulus, Paulus da. Kommt sowieso keiner her, wenn die wissen, du bist hier. So. Ach, siehste, Mensch. Meine kleinen Laternen, die Kabe. Fällig raus, hängt seine Scheintner. Können sie noch ein bisschen aufladen. Fällig mal gleich machen. Ja, der macht auch nicht mehr lange. Aber ich hol mir auch keine neuen mehr. Denn die Stühle sind so duftet, da braucht man gar keine. Ja, das war's. Ja, das war's. Paulus der Lauer. Na gut. Bis morgen. 0189. 0189. 0189. Vielen Dank.